Im ersten Jahr auf der königlichen Froschschule durfte man von früh bis abends mit so einer goldenen Kugel... Oh, so was haben wir noch nie gesehen! Seht ihr? Und da ist es gut, dass ihr euch alle hierher gekommen seid. Man durfte Kraftsport machen. Wisst ihr was das ist? Kraftsport. Muskulatura. Kugel heben von unten nach oben. Kleidischkeit. Vielleicht so rum. Also wisst ihr was am besten ihr macht? Einfach so einen guten Spruch. Ihr könntet rufen... Hauruck! Ja, Hauruck! Hauruck! Wenn ich mich mühe, ruft ihr lautstark Hauruck! So, jetzt! Hauruck! 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 Dann ist der Knallfrosch auf den Kopf gefallen. Das findet ihr wohl lustig. Aber genau in diesem Moment hatte ich eine Idee. Wollt ihr wissen, welche? Die Kugel kann man nämlich überlisten. Die muss man gar nicht durch die Gegend schleppen. Die kann man einfach... Naja, am besten man springt einfach oben drauf. Und schon kann man mit ihr hingehen, wo man will. Nach links. Das ist überhaupt nicht einfach. Ey, schwer. Wie auch immer. Das Problem ist nur, wie komme ich jetzt wieder hier herunter? Ich bin doch kein Springfrosch. Ich bin doch ein Knallfrosch. Ja, dann knallen. Also soll ich springen und dann knallen? Na gut, probieren wir das gemeinsam. Ihr ruft bei drei lautstark. Halle, hopp! Halle, hopp! Ich muss mich vorbereiten. Erst auf drei gezählt. Eins, zwei, drei. Halle, hopp! Oh! 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 Genau so eine Knallfrosch. What's six? Wait 21 lang! arshÉ. Here.